Viele Fragen beschäftigen die Menschen momentan rund um das Thema Preisbremsen. Alles Fragen, die uns Chantal vom Kundenserviceteam der Stadtwerke München ganz genau beantworten kann. Chantal mal zu Beginn gleich ganz allgemein gefragt, was gilt denn momentan eigentlich für wen? Ganz einfach runtergebrochen gilt für private Energiekundinnen und Kunden, dass auf 80 Prozent ihres Strom-, Gas- und Fernwärmeverbrauchs ein schadlicher Zuschuss generiert wird. Das gilt dann auch rückwirkend für die Monate Januar und Februar. Und wie setzt ihr das Ganze konkret in der Praxis um? Ab dem 1. März wird eben die Preisbremse in allen Rechnungen und Abschlägen berücksichtigt. Für die Kundinnen und Kunden, die ihre Jahresrechnungen in diesen beiden Monaten erhalten, kriegen ihre Entlastung auch ab März wie alle anderen. Wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, dass die Abschläge zunächst in voller Höhe im Januar und Februar gezahlt werden müssen. Die Preisbremsen gelten rückwirkend für Januar und Februar. Und so wird es umgesetzt. Die Entlastung für die Monate Januar und Februar wird im Abschlag für den Monat März berücksichtigt. Alle betroffenen Kundinnen und Kunden werden im Laufe des Februars schriftlich informiert, wie bei ihnen die rückwirkende Entlastung verrechnet wird. Dazu informieren die SWM auch, wie sich die Preisbremsen insgesamt für die Kundinnen und Kunden persönlich auswirken und wie sich ihr Abschlagsplan ändert. Das heißt, die Abschläge werden in Zukunft sinken? Für die Kundinnen und Kunden, die ihren Abschlag schon aufgrund der Preisentwicklungen angepasst haben, werden sie voraussichtlich sinken. Für die Kundinnen und Kunden, die das nicht getan haben, vermutlich eher steigen. Was ist denn die häufigste Frage, die du am Tag so hörst und noch wichtiger, wie lautet die Antwort darauf? Momentan melden sich viele Leute bei mir mit der Sorge, wie sich die Preisbremse auf ihren Umzug auswirkt. Ob das irgendwie Nachteil hat, da können wir erstmal alle beruhigen. Es hat keinen Nachteil. Um ein kleines Beispiel aufzuführen, wenn man von einer kleinen Wohnung in ein großes Haus zieht, dann herrschen natürlich in dem Haus ganz andere Verbrauchswerte, wesentlich höhere als in einer kleinen Wohnung. Und dazu ist zu sagen, dass dieser Entlastungsbetrag individuell für, Vorsicht, Fachbegriff, jede Entnahmestelle berechnet wird. Somit hat keiner einen Nachteil. Das klingt jetzt alles nach sehr viel Erklärbedarf. Ich nehme an, ihr müsst momentan unglaublich viele Anfragen von Kundinnen und Kunden beantworten zu diesem Thema. Schon, aber auch ganz verständlich. Deswegen da gerne nochmal der Hinweis, dass wir eben unsere Kundinnen und Kunden nochmal schriftlich benachrichtigen, postalisch. Und die in diesem Schreiben einfach nochmal eine gute Erklärung dabei ist mit allen Informationen. Und wer sich nochmal selber einlesen möchte, den verweise ich gerne auf unsere Webseite. Da ist wirklich eine gute Aufstellung mit den häufigsten Fragen. Wenn jetzt momentan so viele Kundinnen und Kunden bei euch anrufen, kommt es da auch zu besonders langen Wartezeiten? Momentan handeln wir es noch ganz gut. Natürlich kann es zu Wartezeiten kommen. Wir bitten da auch um Verständnis, sichern aber wirklich auch jeder Kundin und jedem Kunden zu, dass wir uns individuell um die Anliegen kümmern werden. Die wichtigsten Fragen haben wir ja jetzt schon klären können. Vielen Dank für das Gespräch, Chantal. Sehr gern.